Tadaa! So. Ah! Tadaa! Na guck! Wer die? Ich nehme den auch runter. Uh, cool! Juhu! Und jetzt? Oh! Wir kommen hier unten. Wir kommen hier unten. Oh! Wir kommen hier unten. Oh! 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 Nein, nein, nein. Ich hab nichts auf dem Zwischenbogen stehen. Nein, nein. Okay. So. Erstmal raus. Oh! Scheiße! Ich hab die Treppe kaputt gemacht. Ja. Ist ja auch richtig. Ja, ist richtig. So. 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 Mach ich mal Daten. So. Ähm. So. Ähm. So. 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 Oh, wieso steht die Verfärderin jetzt so? Hm. Die eine, das ist, wie ich sage, wenn du dich rumdrehst, in die Richtung, das ist dann halt. Okay. Ach so. Das ist 24 Zäuner hier. Ach. Und jetzt die großen Gelände. Das sind doch noch große Holzkästen, wir haben eben drei Stück. Okay. Ach, hier. Oh. Ich mach mal schnell mal den Garten fertig, ne? Oh. 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 Oh, die. Oh. Oh. Und? Hm? Was wollte ich denn was tun? Wann darfst du den Hübzer? Ja, ich wusste gerade nur was. So, jetzt guck ich doch mal was man pflanzen. Aber wir haben ja so viele da hier. Und... Ob ich mal... Guck mal, was für ein riesen Lagerraum hier. Guck mal her. Guck mal. Ich hab dir erstmal Pommes angepflanzt. Das war nicht so... Ich glaub von auf dem Eck bis zu einer hinpassen bei dir. Also erstmal, ne? Wir können ja noch weiter bauen. Okay, passt los. Den Zaun und sowas weitermachen, alles. Fuck. Ah, Lagerraum. Cool. Alter, da ist er. Krass so. Hab ich alle aufgesammelt? Ja, ich hab mal welche für dich da, wenn du welche haben willst. Ich hab auch noch. Ich hab auch noch. Los auch noch. Oje, 15 Stück von den kleinen, 9 von den großen. Sollen wir mal die Truhen woanders nehmen, die du grad hast hier in der Hand? Und hier unten nur solche nehmen? Kann ich auch machen, ich hab da... Was ist eigentlich das hier für eine? Ich habe meine Staplelei nicht kaputt, ne? Ne, ich... Guck mal, da hast du. Oh, ne. Du musst nur... Du musst nur anfassen. Mann, Jo. Du musst nur ganz kurz hast. Hm? Achso, ja. Neu. Ähm, was wollte ich denn machen? Achso, ich wollte dich hinsetzen, ne? Oh, so. Achso, ja, cool. Achso, reflects. Achso, ich bin eigentlich wieder rein. Achso, ich bin eigentlich nicht nur noch für dich. Achso, ich bin ehrlich. Feige ich mir hier. Ich bin einfach so schnell. Ich bin einfach angst. Ich bin einfach nachdenaucht. Ich bin einfach hier bei der Nachdenkommission. Ja, das ist eigentlich ein bisschen als wenn ich mich jetzt vor, das ist, ja. Ich bin einfach so loud. Soll ich dir die Reichen erst mal hier Achso, ich habe noch was, Mensch, was ich aufbauen wollte für uns. Ja, aber es liegt. Stellst du irgendwas auf, oder? Wer ist denn da? Ich habe hier eingesammelt. Oh, das ist doch eine Axt. Ist doch eine Axt? Ja. Cool. Guck mal, jetzt noch ausprobieren. Der kann sogar nichts machen. Okay. 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 Ah, die schönen Klänge. Ah, ich sage schon. Okay. Bravour, bravour! Oh, Spatzi! Kommst du wieder hoch? Ah, hier, du singst. Kommst du wieder hoch? Ah, hier, du singst. Ah, hier, du singst. Das ist ein bisschen warm, ein bisschen tanzen. Ach, hier, du singst. Mach eine hoch. Mach ich noch eine hoch. Das werden wir so auch finden. Oh, hier, du singst. Oh, hier, du singst. Ja, ich hab grad was gemacht, mein Schatz. Guck mal. Oh, du hast ja unten meine Dings versaut. Das liegt ja jetzt schon. Das ist noch ein Schwert für dich. Da können wir jetzt nämlich die andere, die Standartwaffe mit 6, dass die ich zumindest habe, wegnehmen. Da haben wir nämlich jetzt 9,5. Buh! Hat auch mehr Reichweite, äh, kleinere Reichweite zwar nur. 1,2. Aber. Aber. Aber ich find noch keine Axt hier, du. Gießkanne. Wir können die Gießkanne machen. Gießkanne. 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 Haben wir eigentlich eine Wutten-Golf-Band? Wutten? Ich glaube ja. Steht vor dir, die Kleine. Ja, haben wir. Okay, ja. Wenn Ansel ist, war auch. Oh, ja. Ich glaube, ich sollte uns langsamer etwas zu essen brauchen. So, ich bekomme die Löcher. Hey, da wächst was. Wie cool. Komm raus. Ich komm. Wieder so schnell. Cool. Juhu. Ich will eine Axt haben. Verdammte Axt. Ich weiß nur nicht, wo man die jetzt baut. Normalerweise eigentlich hier. Ich habe irgendwie so einen Tisch für uns gemacht. Ich glaube, ich habe hier auch noch einen. Einen Tisch? Oh. Ja, das ist so. Hm. 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 Kann ich wieder zocken? Boah, mit 2-3 Schlägen kriegst du die Kutsch. Krass. Okay, man. Ich werde also grad wissen, dass du diese Aufmerksamkeit hast. Dieses Ballksen-Zur malen Siemens. Der Motor in Wiener istigner. Was ist denn Rath-Tire? Rath-Tire? Hm. In der Ahnung, hab ich grad hier irgendwie hingeschmissen. Dirk Block, 1110 Stück. Halleluja. Ich spinne grad ein bisschen. Fins? Aha, nur Ben. Wisst du das nicht immer? Was? Ich würde nie spinnen ohne... Oh. Falsch'n Zaun gesetzt, glaub ich. Falsch'n Zaun Ger portencyben Stuttgart runn PETER deployment Ja, da bin ich doch vorgegangen. Oh, ich kann sie nicht hin. Immer im unerwarteten Moment. So, ein bisschen Pfeiber irgendwo hier. Du hast doch gehört, wie macht man die Dinger einzeln hin? Einmal mit der Bruchschreibe-Taste. Also halten, dann hast du einen Teil. Du musst halt immer halten, das Ding. Du musst dran ansehen. So, wie macht Ihr trotzdem wieder was? Ja. Das war's für heute. Schaut mal, Einzelteil. Wunderschöne Treppe hier hochgebracht. Cool. Wie das wächst hier? Mhm. Oh, der Ausmach hier. Das kann ich ahnen, ne? Ich hab... Wie war das? Oh! Oh! Jetzt! Aus! Ich hab einen Knall, ich weiß. Nee. Doch, ich will aber einen haben. Wie bist eine Gießkern hab ich gemacht, ne? Hä? Was? Hm? Hm? Oh, gießt sogar. Ehrlich? Ja. Cool. Guck mal, ich gieße. Du musst draußen gießen, nicht hier. Ach so, genau. Na gut, dann gieße ich mal. Okay. Tatsache du, jetzt werden die Dinger dunkel. Guck mal. Die Flächen werden dunkel dann. Krass. Ich hab jetzt ein Sänger irgendwo. Ah, dein Leben auch was, ne? Ja. Aber der braucht länger mit dem Schwert, ne? Aber jetzt immer nicht wie die Axt, Mensch. Das ist dein Leben. Oh, dein Leben. Ich leuchte dich an. Ich leuchte dich an. Ich leuchte dich an. Ich leuchte dich an. Soll ich irgendwann kurz etwas kochen? Vielleicht kommen da auch nichts zu machen als Feierabend. Okay. So. Dann haben wir Feierabend. Und wir hören uns in der nächsten Folgen wieder. Beste ein. Auf Wiedersehen, Freunde. Oh, ein Hausvogel haben wir. Guck mal. Hausvogel. Was macht denn der da jetzt? Cool. Das ist Petri. Hey. Hey. Böse Petri. Böse Petri. Böse Petri. Oh, was machen wir eigentlich mit dem da unten? Mit dem Herrn da unten? Ja, den müssen wir auch noch mal beilassen. Ja. Ja. So. Dann, bis dahin. Auf Wiedersehen, Freunde. Tschüssi. Tschüssi. Chonen. Vielen Dank.